Tristan Scherwetter, die Revanche ist gelückt. Was hat man heute aus Sicht vom SC Bernd besser gemacht in diesem Spiel? Ich glaube, wir wollten sicher Reaktionen zeigen und es war wichtig, dass wir speziell im zweiten Drittel probieren zu halten. Auch in den letzten Spielen. Was man gesehen hat, ist es immer ein bisschen durchgeschittert. Ich glaube, im zweiten Jahr hatten wir es ein bisschen mehr davon. Aber wir haben im richtigen Moment das Goal geschossen und sind mit dem Nein zum letzten Drittel. Das war dann recht solid und am Schluss machen wir es ihnen. Aber ich glaube, zwei Punkte sind extrem wichtig und die nehmen wir von hier. Inwiefern hat es jetzt auch geholfen, dass man gerade zweimal innerhalb von 48 Stunden gegen den gleichen Gegner spielen konnte? Ja, es ist immer etwas Spannendes. Du analysierst und schaust es an. Du probierst gewisse Dinge zu ändern, zu verbessern und du weisst, sie werden es gleich machen. und das Katz-und-Mull-Spiel. Heute ist es für uns aufgegangen. Ich glaube, es tut gut und jetzt machen wir uns bereit auf das nächste Wochenende. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.